hallo leute ich wünsche euch einen wunderschönen dienstagabend und ich hoffe ihr habt euren tag genossen wir waren wieder in guildwurst unterwegs und zwar im harati hinterland dort haben wir gestartet und ja ich finde ich einfach sehr viel spaß mir zuzugucken beim besten und bis gleich weiter geht's elf quests das dürfen wir schaffen zwar jetzt heute nicht mehr aber auf jeden fall demnächst jetzt würde ich sagen wo müssen wir lang gehen wir erstmal rechts lang ja oder rechts lang so helft sie mag klopstock die zentrauren zu stören tötet zentrauren vernichtet die vorräte sammelt gift und schleifsteine und liefert sie ab stellt fallen und wenn verwendet instabilen sprengstoff okay okay so 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 da schwimmen. Okay, hier geht's eh nicht lang. Hm? Hm? Haben Sie schon? Haben Sie schon? Haben Sie schon? Eeeh, ich hole mich. Eeeh, ich hole mich. So, holen wir mal wieder die Pets hier. Okay. Ich will nur mal reingucken. Wollt nur mal abchecken. So. Ist das die doofe Quest? Das ist die doofe Quest. So. Trainiert mit der... Oh, wo kann man es dir umlesen? Da. Trainiert mit der Kompanie. Testet Ziras Gefährtenballisten und Mörser. Trainiert mit den Söldnern. Verwendet Horchs Vögel zur ungeziefer Vernichtung und tötet Zentaurenspeer. Das ist die doofe Quest. Tempest B-M Internet funktioniert. So, yeah. So. Let's bring the nap ist. So. Bis zum nächsten Mal. 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 Hast du den hier oben schon? Hast du schon. Okay. Eine Gruppe von Zentauren-Sklavenhändlern hat ihre Gefangenen in einem Lager eingesperrt. Wir müssen sie befreien und wir müssen sie befreien und den grausamen Geschäften der Zentauren ein Ende bereiten. Ah, oh, 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 oh Oh, BAM! Yeah! Mmm We're going home We're going home We're going home Oh my It's true Not even though Not even though Yeah Alright I mean Okay. Okay. Hm. What's up? Was ist das jetzt hier schon? Nee, das geht ja noch deutlich weiter, ne? Also ich würde gerne erstmal den Rand abklappern, ehrlich gesagt. Ich mag das nicht so. Vor allen Dingen scheint hier irgendwie eine Höhle zu sein oder irgendwas. Und was ist hier auf jeden Fall? Das muss er nicht aufgedeckt haben. Oh, das macht er nicht. So, hier ist nämlich was drin. Sprint? Hilfe! Hilfe! Wir haben gesessen! Hat es euch gefallen? Wenn ja, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Kommt auf Twitch und auf Discord. Ich würde mich tierisch freuen. Ist alles unten verlinkt. Ja, und dann bis zum nächsten Video. Tschüssi! Das war's. Ich bin dran. Bis zum nächsten Video. Puls! U war einfach! Untertitelung des ZDF, 2020